Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um sogenannte Sonnensterne, der eigentlich richtige Begriff dafür wäre oder ist eigentlich Blendensterne. Ein Blendenstern ist, wenn ihr ein Foto macht und eure Lichtquelle dann sternartig das Licht nochmal davon ausstrahlt, quasi das Ganze wie ein Stern darstellt. Wie das Ganze jetzt funktioniert, warum auf manchen Fotos solche Blendensterne drauf sind und auf manchen nicht und wie ihr das ganz bewusst einsetzen könnt und eure Kamera so steuern könnt, dass ihr entweder Blendensterne auf dem Foto habt oder auch nicht, das erkläre ich euch im Video. Warum heißt das Ganze jetzt Blendenstern? Blendenstern heißt es, da dieser Effekt, diese Streuung des Lichts, was aussieht wie ein Stern, nicht vom Objekt selber ausgeht, also zum Beispiel von der Straßenlaterne oder wenn ihr die aufgehende Sonne fotografiert, sondern dieser Effekt steht in eurem Objektiv. Wie entsteht der jetzt in eurem Objektiv? Die meisten Objektive haben ja Blendenlamellen, mit denen ihr die Blendenöffnung öffnet oder schließt. Da habe ich schon mal ein Video zugemacht, was die Blenden eigentlich ganz gut beschreibt. Wenn wir uns jetzt die Blendenlamellen vorstellen, dann sind die kreisförmig angeordnet und die Lamellen, die greifen dann übereinander. Und in solch einem Schnittpunkt, dort entsteht quasi eine Lichtbrechung und diese Lichtbrechung stellt nachher auf eurem fertigen Foto solch einen Strahl, ein Lichtstrahl dar. Die Anzahl von euren Blendensternen oder beziehungsweise wie viele Sterne das Ganze nachher hat, hängt von den Lamellen ab. Wenn ihr ein Objektiv habt, was zum Beispiel acht Lamellen hat, dann werdet ihr auch acht solche Sterne finden. Wenn ihr ein Objektiv habt, das zum Beispiel eine ungerade Zahl von Lamellen hat, zum Beispiel neun Lamellen, dann verdoppelt sich das Ganze. Bei den acht Lamellen ist es so, dass sich die doppelten Lichtstrahlen immer überdecken, da sie genau gegenüberliegen, die Schnittpunkte. Und bei den ungeraden Zahlen an Lamellen ist es so, dass dem Schnittpunkt kein anderer Schnittpunkt genau gegenüberliegt und sich daher quasi die Strahlen verdoppeln. Das heißt, neun Lamellen habt ihr 18 Strahlen, bei acht Lamellen habt ihr nur acht Strahlen. Wie entsteht das Ganze jetzt? Wer im Automatikmodus fotografiert, der wird solche Blendensterne in der Regel auf seinen Fotos nicht haben. Gerade wenn ihr abends fotografiert, denn dann wird eure Kamera die Blendenöffnung so groß wie möglich gestalten. Das heißt, die Blende sehr weit öffnen, um einen möglichst niedrigen ISO zu ermöglichen und eine schnelle Verschlusszeit. Ein Blendenstern entsteht aber erst, wenn ihr eure Blende entsprechend schließt. Das heißt, man kann sich so merken, ab Blende 14 kann man schon die ersten Blendensterne sehen. Ab Blende 16, 18 sind sie eigentlich richtig gut und ab Blende 20, finde ich persönlich, werden sie schon ein bisschen sehr dominant, ein bisschen sehr viel. Also ich nutze sie meist so in dem Bereich Blende 16, Blende 18 und da kann man dann einen schönen Blendenstern erzeugen. Das heißt, wenn ihr im Automatikmodus fotografiert, werdet ihr solch einen Blendenstern nicht bekommen. Dann müsst ihr auf jeden Fall in den entweder manuellen Modus oder ihr geht in einen Modus, in dem ihr eure Blende selber steuern könnt. Ich nutze solche Blendensterne gerne zum Beispiel bei der Street-Fotografie. Dann habe ich meine Straßenlampen und die lasse ich nochmal ein bisschen durch solch einen Blendenstern hervorheben. Das Ganze ist natürlich, kann auch ein gewolltes oder ein ungewolltes Stilmittel sein. Manche sagen, okay, das möchte ich nicht haben auf meinem Foto. Dann muss man die Blende eben weiter öffnen und wer das ganz gezielt einsetzen will, solch einen Blendenstern, der muss seine Blende eben so weit schließen, dass sie mindestens Blende 14, 16 oder 18 hat. Gerade wenn ihr jetzt abends fotografiert, ist es dann natürlich erforderlich, dass ihr ein Stativ mitnehmt, denn ihr werdet eine sehr lange Belichtung haben. Ich habe teilweise Fotos, wo ich lange belichte, manchmal 20 Sekunden, um da dann entsprechend schönen Blendenstern aufzubekommen. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr ein Stativ mit habt. Das heißt, wenn ihr schon vornherein wisst, okay, ich möchte jetzt abends irgendwo Lampen oder so fotografieren, die am Straßenrand stehen und ich möchte da auf jeden Fall einen Blendenstern mit bei haben, dann ist es wichtig, Stativ mit einpacken, nicht vergessen. Außer Hand werdet ihr es sonst nicht bekommen oder zumindest verwackelt das Ganze dann. Und das ist ja auf dem Foto auch nicht gewollt. Mittlerweile gibt es natürlich auch Software und auch Overlay-Pakete. Das heißt, so ein Overlay-Paket, da habe ich einen fertigen Blendenstern, den kann ich dann nachher zum Beispiel in Photoshop auf mein eigentliches Bild drauflegen und habe dann so einen entsprechenden Blendenstern. Aber Luminar zum Beispiel bietet noch eine andere Funktion an. Da gibt es richtig eine Funktion, die heißt Sonnenstrahlen. Da kann ich dann quasi auf mein Bild sagen, okay, dort ist die Mitte meiner Lichtquelle und dann habe ich den gleichen Effekt wie bei so einem Blendenstern. Aber wenn man es natürlich weiß, wie es funktioniert, dann muss man das nicht nachträglich machen, sondern kann man das wirklich für sich nutzen, weil man eben weiß, wie es funktioniert. Also zusammenfassend, wenn ihr solch einen Blendenstern fotografieren wollt als Stilmittel, müsst ihr in jedem Fall aus dem Automatikmodus eure Kamera herausgehen. Ihr müsst den entweder komplett manuellen Modus wählen oder ihr nehmt einen Modus, in dem ihr auf jeden Fall Einfluss auf eure Blende habt. Dann die Blende auf Blende 14, 16, 18 einstellen. Das müsst ihr mal probieren. Die Blendensterne sind auch je nach Objektiv, nach Vergütung des Objektives, auch auf einer anderen Blende 16 oder 18 oder vielleicht auch 20 besser zu sehen. Bei mir ist es so Blende 16, 18. Und wenn ihr das steuert, dann Kamera aufs Stativ, eine schöne Langzeitbelichtung abends machen und dann bekommt ihr auch coole Fotos mit solchen Blendensternen hin. Vielleicht habt ihr selbst jetzt schon solche Blendensterne mal fotografiert, vielleicht beabsichtigt oder unbeabsichtigt oder ihr setzt sie ganz gezielt ein. Dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, wann ihr das Ganze verwendet. Vielleicht beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder vielleicht auch nachts, wenn ihr nur Straßenlaternen mit drauf habt und das Ganze noch betonen wollt, so wie ich das zum Beispiel mache. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wann ihr das verwendet, wie ihr es verwendet, welche Blendeneinstellungen habt ihr bei eurer Kombination vom Kamera und Objektiv und vielleicht ist es ja auch mal eine Anregung für ein künftiges Foto bei euch. Wie gesagt, lasst mir gerne dazu mal einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und auch eine Anregung gegeben hat, vielleicht für ein neues Fotoprojekt, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.